Wir haben aber glaube ich mehr als einen Stein gesammelt, oder? Genau. Wir haben jetzt glaube ich drei solche Dinger voll mit Steinen. Das ist schon krass. Die beiden Dinger hier stehen noch. Höh! Nein! Ich habe den Bärenbusch kaputt gemacht! War nicht geplant! Oh cool, eine Menge Bären. Ich Idiot, ich will immer draufhauen zuerst. Ich weiß auch nicht warum. Bärenbusch draufhauen. Sooo. Wieso liegt hier noch ein Baumstamm? Ehrlich gesagt, das interessiert mich gar nicht. Super, auch hier eine fertig gebaut wieder. Schnell erreichbares Ziel. Ich will nicht so tief in den Wald, ohne Spaß. Das ist... Wenn ich sowas sehe hier. Dabei gibt mir doch gleich die Lust in den Wald reinzugehen. So, wieder mal einen Kopf gefunden. Giftig? Oh, giftig. Ähm. Aber das Gift... Die giftigen Pilze sind sowieso momentan noch nicht irgendwie so... Sind zwar giftig, aber das war's dann auch. Also irgendwie passiert da nicht viel. Und jetzt ein bisschen Leben. Das war's. Sooo. Und auch Doom. Hier ist es zum Glück schön hell. Da gefällt's mir. Da arbeite ich auch gerne. Was war das denn gerade für eine... komische Blattbewegung? Oh. Super. Wenn ich im Helm bin, kommen sie. Wenn ich im Helm bin, dann kommen sie. Natürlich. Und es ist nicht nur einer. Es sind mehrere. Deswegen gehe ich mal nach oben. Um mir mal einen klaren Überblick zu verschaffen. Ich sehe zwei. Einer ist weg. Eigentlich brauche ich die beiden, ne? Da habe ich die momentan. Ich habe schon wieder zehn. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn. Ach, eine habe ich nicht genommen. So. Jetzt müsste da ja... 78 Zähne dran sein. Oh. Wo sind die hin? Ich gehe mal nach unten. Ich habe eh nichts zu befürchten vor denen. Na nun. Ach, das gibt so eine kleine Fahne. Hm. Wo sind die hin? Da hinten sind zwei. Wenn das die sind, soll es mir egal sein. Ich brauche aber mal weiter. Ich höre ja wieder. Ich höre es ja wieder. Ich höre es ja wieder. Oh, ein Lego an. Scheint sich doch gut zu vermehren gerade wieder. Wir sehen sehr viele. Wir können also bald wieder auf Jagd gehen. Sehr bald. Also noch nicht jetzt. Noch nicht jetzt, aber sehr bald. Also, jetzt bitte keine töten. Ne? Nur aufpassen. Also, nicht, dass du jetzt auf einmal so einer in die Hacke reinrennen. Das wäre ja nicht so doll. Bitte erst nachher. Super. Ich frage mich echt, ob die da durchkommen nachher. So, schnell. Zurück in die sichere Festung. Oder an die sichere Festung. Stein mitnehmen. Kopf habe ich momentan nicht mehr. Es wundert mich aber, dass der Kopf so schnell ausbrennt. Weil das bringt ja überhaupt nichts. Wenn der anfängt zu brennen und dann sind die mal 10 Sekunden nicht da und irgendwann sind sie einfach wieder da. Tada. Weil der Kopf nach 5 Sekunden wieder ausgegangen ist mit Brennen. Das ergibt ja keinen Sinn. Aber na gut. Ich sammle mir jetzt nicht immer 1000 Bären ein. Ich bin mir nicht mal sicher, ob das... Uh, Feder. Ich bin mir nicht mal sicher, ob das so viel bringt. Wir haben auch noch gar nicht so viele Federn. Also, das Ding kann auch viel schneller werden. Wenn wir die entsprechenden Federn finden. So. Da liegt noch einer. Sehr schön. Ich nehme aber erst mal den mit. Und freue mich dann wie ein Schneekönig. Da fehlt noch genau einer für das. Ein Bein. Toll. Ich habe beständig... Ah, der Wind ist mega penetrant. Arm collected. Hm. Okay, Arm kommt man noch aufheben. Ich weiß zwar, nee, warum wir mit den Arm sollen, aber... Besser Arm dran als Arm ab. Huuu. Witzig. Ähm. Ja, jetzt versuche ich mir diesen Witz irgendwie zu überspielen. Kommt man da unten drunter durch? Das ist das Schwachste. Man kommt da unten drunter durch. Naja, muss aber schauen, wie wir das machen. Oh, bitter, dass ein Hasen gefangen haben, endlich. Äh, wieder keinen. Und du hast auch keinen. So, hier kann ich jetzt mal wirklich collecten. Weil die... Kann man ja auch essen. Das heißt, ich kann mir damit einen schönen Vorrat anlegen, den ich später... Ich glaube, ich habe einen Busch kaputt gemacht. Oh man, ich mache die Busche ständig kaputt. Ich weiß nicht warum. Ähm. Die kann man später auch collecten. Äh, die kann man jetzt collecten. Und kann die dann später essen. Wir haben momentan zehn Stück, also da kann man auch ordentlich schön... Blaue Farbe herstellen. Super. Kann man eventuell das mal ausprobieren? Wenn ich blaue Farbe habe, so, kann ich eigentlich auch... Also, das geht noch nicht. Blue Paint und Orange Paint. Schickory. Und kann man da... Wenn du das... Nein. Energy Mix. Kann Flower. Cool. Achso. So. Klack, klack, klack. Klack, klack, klack. So. So. Can be eaten to increase stamina. Medizinecrafted. Mit dem vielleicht? Nee, geht nicht. Mit den anderen haben wir schon probiert. Mit Blaubeeren geht auch nicht. Alkohol geht nicht. Vielleicht zwei davon. Auch nicht. Tree Set geht nicht. Das geht nicht. Das geht nicht. Das geht nicht. Was ich eigentlich auch probieren wollte, ist, ob ich... Nee. Ich kann es nicht blau färben, leider. Z. Und da kann ich wieder collecten. In die Fallen ist mir leider nichts gegangen. Ich will gucken, ob ich meinen Hasen aufgegessen habe. Kann ich den? Dann bestimmt nicht. Doch, den konnte ich essen. Meinen Hasen haben sie in Ruhe gelassen. Hier, guck mal, das war... Das war mal einer deiner Kollegen hier übrigens, gell? Also, äh... Solltest, ähm, da drinne bleiben, an deiner Stelle, ne? Würde ich da echt... Also, da würde ich aufpassen. Die ist ja schon blau. Ich kann das da noch blau machen. Ich kann das da noch blau machen. Wow, ich habe einen blauen Stock. Ich bin begeistert. Ich habe auch noch... ...eine Feder. 17 Federn sind jetzt da dran, momentan. Bin ich das erst, bin ich. Ich bin begeistert. Köpfe nehmen wir natürlich mit. Und propos Palabier und die hier drüber. Ja gut, zwei Typen tot, ne? So, ein Kopf noch und... Moment, das ist ein Bein, das kann ich nicht aufheben. Ein Arm. Ein Arm, die will ich nicht haben. Stein. Wo ist der Kopf hin? Na, mein Junge, jetzt hat mir doch mal, wo der Kopf hingerollt ist. Hä? Wieso verschwinden ständig die Köpfe? Habe ich jetzt sowieso noch eine im Inventar, ne, gell? Da fehlen noch zwei Köpfe und ein Arm. Aber irgendwie kann ich kein Arm anhängen. Und die Köpfe finde ich nicht. Obwohl die hundertprozentig gerade hier waren. Warum wachsen ja eigentlich nur die gelben, äh, die blauen. Ich hätte gern blauer hier. Wo ist... Wo ist... So... So ein Scheiß, joh, keine Köpfe. Bein, Arm, Arm, Bein. Arm. Wir machen aber echt krassen Damage mit der Waffe. Also... Ich weiß nicht, wie hoch sich das decken lässt mit den Schaden. Aber... Den fand er nicht gut, den Pilz. Ich finde auch nicht gut, dass ich den Kopf nicht finde. Was? Legt noch ein Bein. Ein Lorch. Sie vermehren sich rasant. Ein Hase. Ich wollte dich zwar nicht so fangen, ich hätte nicht gern mit der Hand gefangen, aber... Du hast dich ja nicht... Du hast dich ja widersetzt. So, dann wollen wir mal... Erstmal... Jetzt sag mal nicht, ich muss schon wieder einen Stein gegenbauen. Alter... Was soll ich mit so vielen Steinen machen? Oh, Hase. Hase, ich habe einen zweiten Hasen. Oh mein Gott, geil. Oh mein Gott. Geil. Setze Hase in den Käfig. Los, vermehrt euch. Jetzt. Hase. Ich dachte, den kann man auch in die Hand nehmen, aber ging irgendwie nicht. Schade eigentlich. Ich würde auch gerne... Also, Lurchkäfige müssen sich auch noch einführen dann. Und es macht uns ja keinen Spaß. Ich würde auch gerne wissen, wie schnell die sich vermehren. Ähm... Wir essen mal ein was. Und dann würde ich sagen... Was haben wir momentan im Inventar? Eine Lurch kann man mal wieder aufhängen. Zeh. Irgendwann haben wir zwei Läuche auf. Es mangelt uns ja wirklich nicht, von daher ist es auch egal. Äh, falls es jetzt gelöscht werden sollte, ist es nicht so schlimm für uns. Wir haben noch Bären ohne Ende. Wir haben auch noch... Wir haben jetzt echt... Uh, da ist gerade zugegangen. Hase. Geil. Jetzt geht es aber ab hier. Ja, durchschneide ich vermehrt. Okay. Jetzt geht es aber gerade hier gut. Also... Muss man auch sagen. Jetzt geht es... Also, wenn ich wirklich hier ein paar Käfige mit Hasen vollkriege, dann brauchen wir gar nicht mehr jagen gehen. Dann hat sich die Sache mit mich geklärt. Äh, machen wir mal ganz kurz nochmal... Ich setze mich hier hinten auch mal ein paar hin. Okay. Okay, ich bin dreckig. So, dann nehme ich mir hier mal wieder ein paar Stecker mit. So, dann machen wir uns hinten einfach noch eins. Hm, schaut noch nicht ganz gereicht. Klar, Moment. Und ich glaube, die Funktion, Gebäude abzureißen, gibt es auch noch nicht, gell? Die haben es, glaube ich, noch nicht eingefügt, ob... die... Ob... die... Äh, Option. So, da haben wir wieder ein Käfig. Ich finde es auch echt geil, also da kommt natürlich auch kein Hase raus aus dem Käfig. Das ist... Einfach vollkommen realistisch. Hier ist der Hase, der hat da... Er hat da einfach... Er hat ja keine Chance abzureißen aus dem Käfig. Das ist... Krass. Und tierlieb vor allen Dingen mit der... Also es ist ja fast Massentierhaltung, was wir hier betreiben. So. Na gut. Lurch. Ich werde den Lurch nicht töten. Weil ich momentan... Ähm... Ich guck mal kurz, ich kann mir ja auch noch wieder was... Oh, scheiße. Äh... Ich kann mir momentan... Äh, die Blätter sind sowas von egal, die ich hier verwende. Ohne Spaß, also wir haben so viele. So, da haben wir noch eine volle Lurchrüstung. Und wir haben immer noch einen Lurch-Skin, von daher... Also wenn wir... Wir können uns auch noch ein bisschen nachrüsten. Hasen brauche ich auch keine mehr fangen. Läuft echt gut gerade. Muss man neidlos anerkennen? Es läuft bei uns gerade echt flockig. Ich glaube, ich holz hier oben mal ein bisschen. Also da scheint mir hier oben alles noch so ein bisschen fruchtig und... Nahe am offenen Gelände. Und da bin ich gerne. Und deswegen würde ich hier oben gerne noch ein bisschen holzen. Wenn ich Glück habe, fällt er sogar in die falsche Richtung. Aber ist egal. Hier fühle ich mich wohl. Hier ist es sicher. Da komme ich viel weggeholzt. Das ist echt krass eigentlich. Ich würde es gerne hier unten erst zu Ende machen. Muss ich gestehen. Damit ich wirklich einfach mal eine Seite mir so ein bisschen sorgenloser und sagen wir mal drüber nachdenken kann. Und dann würde ich hier... Mit E einfach noch eine hinbasteln. Genau. Man sollte rein theoretisch hier eigentlich gar nichts durchkommen. Also über den Stein vielleicht, aber... Das sind so kleine minimalistische Zugänge, die jetzt gar nicht so schwer sein sollten. Ich hoffe einfach, dass es irgendwie so klappt, wie ich es mir vorstelle. Ist das trotzdem... Also ich bin echt... Ich gehe nicht gerne da lang, muss ich gestehen. Das gefällt mir nicht. Ist irgendwie... Ich glaube, ich bin hier auf dem Hügel. Der ist mir sicher. Da finde ich... Da fühle ich mich wohl. Obwohl ich von dem Viechern eigentlich gar nichts zu befürchten habe. Zumindest jetzt nicht so krass. Wie es gekommen ist. Kann es sein, dass die auch nachspawnen? Kann es sein, dass ich gerade einen Vogel getötet habe und es gar nicht gemerkt habe? Kurz mal an der Nase kratzen. Mal schauen kurz, ob... Die Nase... Da war wieder einer. Ich dachte, da wäre ein Vogel. Aber keiner. Gut. Seltsam. Oh, fünf Fehler. Habe ich bekommen? Ich hoffe schon. Ist in den Zelten eigentlich was drin? Habe ich da schon mal geschaut? Manchmal ja schon. Hier aber nicht. Dann können wir ja nochmal nach unten gehen, weil wir jetzt gerade echt zu viel gebaut haben schon wieder. Oh. Wir haben wieder einen Kopf. Aber ich dachte, der lässt vielleicht die CDs fallen. Weil das so ein CD-Heini war. Huch. Hier liegen auch überall... Uh. Hier liegen auch echt überall Körperteile. Wir haben gerade wieder drei Fehlern. Nehme ich mal einfach wieder dafür. Eins, zwei, drei. Eins. Und... Crafting. Haben wir jetzt 20 Fehlern hier dran. Wie kommt der denn hier runter? Wäre halt echt, 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 echt. Oh, hier ist noch einer. Muss ich merken. Schön, wenn es hier Seile gäbe. Gibt es denn das nicht welche gewesen? Ach lol. Hier gibt es Seile. Can't carry any ropes. Ah, hab schon zu viele. Soda collected. Soda ist sehr geil. Gibt es eine Menge Rehe. Ich muss gestehen, es wundert mich, dass die Rehe scheu sind. Weil eigentlich ist das ja hier, ähm... Ein von Menschen unberührtes Stück Natur. Eigentlich sollten die Rehe hier nicht scheu sein. Oder essen die eingeborenen Rehe. Das kann natürlich auch sein. Albinier ist halt bereit, den Baumstab wegzuschmeißen und sofort meine Achse zu zöcken. So ist es nicht, ne? Also... Macht keinen Mist, Jungs. Lasst uns das wie Kandibalen regeln. Und warum ist es gerade so neblig? Ich hab's noch nie neblig gesehen im Spiel. Interessant. Wir müssen auch schon echt viele Tage geschafft haben, mittlerweile. Ich verstehe auch nicht, warum die sich nicht vorpflanzen. Egal. Ich probier's mal aus, indem ich einmal schlafe, ob sie denn's nicht dann vielleicht vorpflanzen? Hier wollen wir uns ein Baumhoster. Da gehen wir mal in unser Baumhoster. Wir haben es ja. Z. Z. Sollte eigentlich nichts passieren. Genau, das sind die frühen Morgenstunden. Wir werden hier wunderbar in Ruhe gelassen. Bären gibt's um uns dann keine. Mal schauen, was hier alles möglich ist. So, wollen wir mal schauen. Ne, auch das hat nicht gereicht, damit es nicht... Ich glaube, also entweder dauert es wirklich sehr lang, oder es ist noch nicht eingearbeitet. Sehr lang kann natürlich sein, das ist ein sehr realistisches Spiel. Ich würde an der Stelle einfach mal sagen, wir machen jetzt mal eine kleine Aufnahmepause wieder. Ich guck mal nach, wie lange das überhaupt braucht mit den, ähm, Fortpflanzen. Und wir sind zur nächsten Aufnahme wieder und dann gehe ich jetzt erstmal pennen. Bis dahin wünsche ich euch noch einen wunderschönen Tag und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Alles. Oder nach, wie hat ihr meine Schott? Oder nach, wie hat ihr euch noch einen wunderschönen Tag und wir sehen uns dann beim nächsten Mal.